Hallo und herzlich willkommen. Namaste. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ja, eigentlich ist das Allerwichtigste, was wir jetzt beim Erwachsenwerden lernen dürfen, dass wir unser Bewusstsein wirklich gut einsetzen, dass wir Dinge bewusst machen, dass uns Dinge bewusst werden. Und ja, auch das Atmen sollten wir ab und zu bewusster machen. Dazu lade ich dich herzlich ein. Einen tiefen Atemzug nehmen, anhalten und etwas länger ausatmen. Und dann, wie du dich in die Geschichten des Lebens weiterführen kannst. Und dann, wie du dich in die Geschichten des Lebens nachhaltig sind. Und jetzt, wie du dich in die Geschichten des Lebens nachhaltig sind, kannst du dich freuen darüber, dass du atmest? Denn das ist nicht so selbstverständlich, dass man das so kann. Viele, viele Menschen haben Atemprobleme. Und von daher, ja, das kann man sich in Erinnerung rufen, wenn man merkt, dass man ohne Probleme so atmen kann. Und dass man sogar ein bisschen variieren kann. Und das kann ein Lächel auf deinem Gesicht produzieren. Einfach, weil du dich freust. Dass du atmen kannst. Da musst du jetzt noch nicht großartig drüber nachdenken. Überhaupt das mit dem Bewusstwerden. Das heißt nicht, dass du alles durchdenken musst. Sondern nur dabei bist. Wirklich mit deiner Aufmerksamkeit dabei bist. Was du gerade tust. Also nicht atmen und gleichzeitig überlegen. Was mache ich denn jetzt und da noch und da. Oder beim Essen. Dass du, ja, Video schaust beim Essen. Es ist nett, dass du das schaust. Nur dann kannst du mit mir die Atemübung nicht machen. Okay? Jetzt noch einmal tief und lang. Und jetzt mal einen veränderten Atemrhythmus, dass wir ein- und ausatmen. Und jetzt mal ein- und ausatmen. Und jetzt mal ein- und ausatmen. Jetzt schneller. Anhalten. Ausatmen und wieder Pause. Dann atme wieder ganz normal ein und aus. Wenn du magst, schließe kurz die Augen und beobachte deinen Atem nun wieder. Vielleicht langsam sich wieder beruhigt. Wenn du magst, schließe kurz die Augen. 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 Ja, vielen Dank. Schön, dass du dabei warst. Namaste. Fühl dich geliebt. Bis dann. Alles Gute.